Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, was machen wir heute? Ich werde heute ein bisschen in der Stadt bauen. Ich werde heute ein bisschen hier ein paar Reifen zusammenstecken und ein bisschen was an der Kartbahn machen. Aber, bevor ich euch dann ein kleines Update zeige, muss ich den Gewinner des Gewinnspiels neu auslosen. Und zwar hat er eigentlich die Michelle gewonnen, die kommt aber leider aus Österreich. Und das hatte ich vorher im Gewinnspiel ausgeschlossen. Das heißt, ich werde jetzt mal kurz den Gewinner auslosen und melde mich danach mit einem Update hier aus der Stadt wieder von der Kartbahn. Und ja, könnt auf jeden Fall gespannt sein und viel Glück natürlich allen nochmal beim Gewinnspiel. Also, bis gleich. Ich habe hier schon mal die Video-URL eingefügt und wir müssen jetzt einen neuen Gewinner ziehen, da Michelle leider aus Österreich kam und dementsprechend nicht am Gewinnspiel teilnehmen durfte. Kommentare sind geladen und ich klicke einfach hier auf Start. Die Spannung steigt und der Gewinner ist abgebaut für jeden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Schreibt mir bitte eine E-Mail und dann können wir alles weitere klären. Und jetzt geht es weiter mit dem Video. Viel Spaß. Ja, hier das erste Update aus der Stadt von der Kartbahn. Ich habe mal ein paar Reifen zusammengesteckt. Das ist echt mühselig, sage ich euch. Das Ganze ist folgendermaßen gelöst. Also, immer zwei Reifen aufeinander mit einer Felge als Verbindung. Die ganzen Reifen natürlich nur locker hier hingestellt. Aber, ja, man muss eine Felge immer aus einem Reifen rausdrücken. Ich habe ein paar Reifen da, das ist jetzt nicht das Problem. Ich werde auch die ganze Bahn vollkriegen. Aber es ist halt sehr, sehr mühselige Arbeit. Ja, hier haben wir schon die zwei provisorischen Karts, sage ich mal. Mit Links, Bricksbills, Michi und Andi. Dann der Chris von Brick Runnings und Kasi, der hier wieder mal auf dem Reifenstapel rumklettert. Ich weiß auch nicht, was das soll. Ja, jedenfalls, ich werde hier noch ein paar Reifen zusammenstecken. Ich werde hier noch so eine kleine Ampel hinmachen als Start und Ziel. Den Eingangsbereich will ich hier noch fertig machen. Und dann hier wird die Boxengasse hinkommen. Da habe ich mir überlegt, ob ich da vielleicht irgendwie so eine kleine Tribüne hinmachen kann, wo dann halt Gäste auch hinkommen. Das wäre auch nochmal so ein interessantes Thema. Und natürlich muss dann hier irgendwo noch der Stand der Rennleitung hin. Da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Aber einfach dranbleiben und dann sehen, was sich hier so ergibt, würde ich sagen. Also, seid gespannt. Bis gleich. Die Fahrer sind bereit. Die Ampel springt auf grün und es geht los. Ja, so könnte das sein hier demnächst auf meiner kleinen Kartbahn. Ich sage mal, ich habe einiges geschafft und zeige euch mal entsprechend einen kleinen Rundgang über die Kartbahn. Was habe ich gemacht? Ihr habt gerade am Anfang hier die kleine Ampel gesehen. Michi und Andi und Kasi stehen gerade an der Ziellinie und wollen wohl jetzt demnächst das Rennen starten. Hier vorne, ich weiß nicht, da sieht man das so ein bisschen, ist ein leichter Hügel. Eine kleine Erhöhung mit diesen langen Vordächern oder Slopes, wie man die auch nennt. Und dann zum Streckenkonzept, recht einfach gehalten, ein kleiner Rundkurs mit einer Boxengasse, Zuschauertribüne und der Leitstand. Den zeige ich euch natürlich auch nochmal im Detail. Ein paar Computer, ein paar Messgeräte und der gute Herr hat natürlich auch Kopfhörer auf, wie es sich gehört hier an der Kartbahn. Die Flaggen wehen im Wind und hier habe ich den Chris mal hingesetzt auf der Zuschauertribüne. Da kommt natürlich noch eine Treppe hin an der Seite. Aber ansonsten ist es eigentlich eine ganz schöne Boxengasse mit einer schönen Tribüne, die so ein bisschen freischwebend ist, wie man hier vielleicht sehen kann. Wo man zwei Punkten fixiert ist und ja, das ist so die Kartbahn. Das heißt, wenn ihr Zigfix habt und mir eure Figuren gerne zuschicken wollt, gerne können wir auch tauschen. Aktuell muss ich meine noch nachbestellen, aber sobald die dann da sind, schicke ich euch die natürlich auch zu. Schreibt mir eine kurze E-Mail. Meine E-Mail-Adresse steht in meiner Kanalbeschreibung oder auch unten in der Videobeschreibung. Und dann seid ihr demnächst hier auf meiner Kartbahn. Schreibt mir gerne dazu, wo ihr zum Einsatz kommen wollt. Also ob Zuschauer, ob im Kart selber oder vielleicht habt ihr auch eine andere tolle Idee, wo man euch noch platzieren könnte. Und dann kann man hier bei mir in der Stadt einziehen. Ja, das Ganze wird dann natürlich noch in einer der nächsten Folgen ein bisschen, ich sag mal, verschönert. Das heißt, hier am Rand kommt noch ein bisschen was hin. Wir machen hier so eine kleine Abgrenzung im Eingangsbereich. Aber das hätte jetzt heute den Rahmen gesprengt. Ich habe jetzt allein mit den Reifen, ich weiß nicht wie lange gebraucht, diese da vernünftig ineinander zu stecken. Und ja, ansonsten wäre es das soweit von meiner Seite. An den Gewinner des Gewinnspiels nochmal, schreibt mir bitte auch eine E-Mail. Ich schicke dir einen kurzen Code zur Verifikation zu und den fügst du dann in den Kommentar ein. Ansonsten, ja, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und sag mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.